Hallo liebe Leute und heute werde ich Gitarre spielen und singen. Hallo Leute, wie geht es euch? Ich bin Laura Tarek, ich werde heute den Rio grüßen von Ankerboot OL und ja, wie geht es dir? Schreib es mir in die Kommentare und wenn wir uns wissen können, schreib es mir und so weiter. Und ja, tschüss. Alex, ich habe eine Frage, haben wir schon die, ähm, du weißt schon, haben wir schon die gegrüßt? Die zwei? Ja, ja, ja. Ja, aber... Weißt du die Kuh? Was? Weißt du, Kuh? Ja. Werden die nicht grüßt. We... Hm. Aber wir müssen sie ja heute grüßen. Ja, dann steck sie in den Mund. Das ist... Nein. Das ist nicht gut. Aber sag mir die Namen, die wir, die, die zwei Leute, die wir heute grüßen werden. Ries... Hm... Harris und Rie... 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 Lauren Tarrich und Alexander Haarich. Ich bitte mal Alex. Oh! Oh! Und ja, wir werden ja... Ähm, das sind unsere NDA-Videos. Sehr offen zu sagen, wenn Leute es wollen, dass wir die grüßen, weil ihr seid ja Teil der Community. Und ja... Rie... Dank euch kann unser YouTube-Kanal größer werden besser. Deswegen... Wollen wir euch einfach mal grüßen, ihr zwei. Wenn jemand gegrüßt werden will, schreibt es in die Kommentare. Oder was ihr wollt, oder... Wenn ihr mir etwas erzählen wollt, so Schuhgel oder so, was weiß ich. Und ja... Wenn ihr eine Scheiße, gehen sie jetzt herum... Ja... Alle Scheiße werden weggegeben. Warumst du gerne��st... yeah... Love you do! All секрет! Das ist ja sehr schön. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wenn ihr so einen Kürbis auch einmal hattet und wenn ihr den Kürbis, Halleluja!